hallo heute testen wir karaboa mixed berry also hier haben wir so einen schönen ist das ein ich bin mir nicht sicher irgendeine tierschädel auf jeden fall hintergrund schön pink da energy drink in lila hingeschrieben hier oben noch lila die ganze rückseite hier blau dann kann man auch gleich mal nachgucken was da alles drin ist süßungsmittel und so war klar zucker also je dose ist da ein gramm zu 15 gramm zucker drin finde ich jetzt ernsthaft echt viel aber ist ja nicht so schlimm dann testen wir direkt mal auf jeden fall bei dem kann man auch man hier oben lesen kann ja ja toll so tickets gewinnen für fußball unter der seite heißt eigentlich hört sich das ja schon mal ganz gut an so es ist auf jeden fall pink so ein bisschen also riecht schon mal nach kohlensäure hat kohlensäure schmeckt tatsächlich auch sehr nach nach hier berry man kann ja noch mal gucken so süßungsmittel ist drin zitronensäure definitiv aber mehr konnte ich tatsächlich gerade nicht finden also der geschmack sehr fruchtig aber ist auch sehr süß damit hat kohlensäure definitiv mit drin ja ich mag davon kann man schon mal die dose leer trinken finde das sehr sehr gut tatsächlich ja kommentare schreibt abonniere abonniere daumen hoch stelle daumen hoch stelle kohne